so meine lieben freunde ich habe es nur endlich geschafft dass wir 10 c berium konflikt ausblieben können jetzt ein bisschen umständlich wie funktioniert weiß auch nicht ganz wie sauber das film läuft das werden wir sehen musst du hier leider emulieren und praktisch die emulation aufnehmen aber wir sehen was fangen wir erst mal an mit dem vorspann im preview damit wir das auch sehen das hier mal kurz allein viel spaß der anschlag auf die getreidebörse in wien ist das 17 bombenattentat in vier wochen das den terroristen von nord angelastet wird seit beginn dieser welle von not attentaten in slowenien jagen die abgesandten von einer krisen sind die neuen tiberium schürftechniken der bruderschaft von nord haben die brutto erträge auf stolze 49 prozent anwachsen lassen die tiberium vorräte der bruderschaft von nord belaufen sich jetzt fast auf die hälfte aller weltweit bekannten vorkommen dadurch gewinnt diese fanatische terroristengruppe einen gewaltigen einfluss an der londoner goldbörse und jetzt weiter mit lokal nachrichten von gegen beim zweiten weltgipfel zu den wirtschaftlichen konsequenzen von tiberium in hongkong allen reportern aus dem weg man erwartet dass möbius hier angriffe von wissenschaftlicher seite zurück während die gdi truppen zu einem weiteren angriff auf nordstellungen ausrücken hält die freie welt den atem an das war greck bedett dnn irgendwo im mittelmeer die aktivieren sie ihre verteidigungswerte Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020